Ralf Keidel ist ein deutscher ehemaliger Fußballspieler. Er ist beidfüßig stark und wurde aufgrund seines Laufpensums und seines kämpferischen Einsatzes das Tier genannt. Seine Stammposition war das rechte Mittelfeld, er wurde aber auch als zentraler Mittelfeldspieler hinter den Spitzen eingesetzt. Fußballkarriere Das Fußballspielen erlernte er in den Jugendmannschaften des ASV Rimper und der Würzburger Kickers. Danach wechselte er zum damaligen Regionalligisten 1, FC Schweinfurt 05. Seine weiteren Stationen waren Newcastle United und der MSV Duisburg. Zu Beginn der Saison 2004-05 wechselte er innerhalb der 2. Bundesliga zu Rot-Weiß Oberhausen, mit denen er am Saisonende abstieg. In der Saison 2005-06 spielte er bei L.A. Allen, mit denen er aber ebenfalls abstieg. Seit Juli 2006 spielt er beim damaligen Regionalligisten F10-Golstadt 04, mit dem er 2008 und 2010 in die 2. Bundesliga-Aufstieg. Ralf Keidel besaß beim F10-Golstadt 04 einen Vertrag bis zum Sommer 2011. Nach Auslaufen seines Vertrages unterzeichnete Keidel einen Amateurvertrag für die zweite Mannschaft beim F10-Golstadt 04. 2013 beendete er seine Karriere und wurde Assistenztrainer der Ingolstädter U23-Mannschaft.